wieder mal rein hier, packen die Bude rein, da gibt's doch eh nicht ich war drinnen alter, da schiebt mich die Tür wieder raus ja, so war das bei mir vorhin auch ich kann nur anders looten, ich hab ja können, Rucksack hier gibt's ja nicht zu looten, also hier, Insektenspray ach das war das auch, das ist doch rot, wie bei Tucker mhm, mhm, zufällig was sind denn das für Ausrufezeichen auf der Karte? ah, da muss ich hin, Missionszieger ja, ja ok, ich hab nur eins noch da wurde geschossen, bleib ich hier mhm, die zwei sind da Da müssen wir rumgehen. Die sind von außen. Die sind noch nicht auf dem Grundstück. Da sind wir schon rein hier. Die Bude rein rein, ja. Alles oder nicht? Der ist gefallen. Geil. Der ist auch gefallen. Oh, da ist noch einer da vorne. Kann man nicht holen. Einen Schuss mit der Person weg. Geil. Geil. Die müssen auch Spieler gewesen sein, oder? Ja, ich würde nicht. Schießen sich die Skeps auch gegenseitig? Keine Ahnung. Meine Liegen da draußen. Geil. Aber du kannst hier den Scheppdeckel aufsetzen, wenn du willst. Das hilft vielleicht ein bisschen, ja. Ja. Zack. 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 Da draußen liegen ja auch noch zwei. Da hinkommen. Wenn man hört es erstmal nicht. Probier es einfach mal. Waffe rein. Waffe rein. Wäsche rein. Wäsche rein. Wäsche rein. Da steckt jetzt aber nur Rucksack. Wäsche rein. Waaaah! Jetzt Bombe rein. markieren also wieso gehen das nicht ich kann ja ich hab doch vorhin schon mal markieren aber es ist schon mal das grün ist aber was ist das hundert meter das ist hier bei mir glaube ich so jetzt das war irgendwie schon ja hier hinten weg machen das ding ist ja aber wird nicht ein bisschen das war wieder hundertprozentig nicht mit rechten dingen aber hundertprozentig ein schuss und alle beide im kopf und da wusste auch genau wo wir sitzen also dich hätte er noch durch zufällig entdecken können aber ich saß ja dann in der ecke aber jetzt soll ich auch schon was drin geht das ganze nicht einmal ein spiel geben diese potzen nicht schieben müssen für was denn für was denn nur wie gut ich möchte ein maß und die poten kriegen ja genau zu einer wochen stehen in siechen lassen da wird ihm sein cheatprogramm ein schwanz auf dem schwanz tätowieren und sagen und wie fühlst du dich jetzt ja ja auf dein arz decken sein mini pimmel ins maul stoppen und sagen frisst deinen scheiß dummen schwanz du Hurensohn du haste kleinen pimmel du wirst dich nicht dran verschlucken an deinen mini pimmel den hol ich mir ok Ammo nachladen warte Gott da liegt er da liegt er da ist wohl bin da gib mir die gib mir die die haste nicht gib mir deinen helmen junge zurück und dann haben wir ja auch irgendwie sind wir ja schon richtung exit aber mhm warte mal hier ist was du hörst mich bestimmt ne ne ja bleib doch mal ruhig hier läuft einer oder or Ich weiß nicht, wie leucht man hier eigentlich. Keine Ahnung. Mach mal so, als ob du wegläufst, also dahinter, da ist doch hier dieses Racksteinhaus, da vor uns. Renn da mal hin. Pass auf, dass er sich nicht abknallt. Oh ja, komm. Warte, bleib, bleib fort. Fristen gerade aber nicht. Das war das. Das war das. Scheiße, Mist. Das war auch noch hingelaufen. Arschlos. Mist, hätten wir ihn gepusht. Ich dachte, er kommt so raus. Leider nein. Ich will noch später, ist unser Exzess entfernt. Wenn wir hier links lang dürfen. Mhm. Na, ich muss noch zu irgendwas markieren. Ja. 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 Ich bin ein Protzer. Alter. Haffe die Kunden. So. Rodriguez. Freigeschalten. Das habe ich nicht gemacht. Das weiß ich nicht. Das ist die Krufe Kippenhofers. Das war's für heute. Vielen Dank. Ich habe alle Arschlecher kalt gemacht. Ja gut. Drei Leute. Mit den beiden warten die Spieler weg. Das geht ja. Was? Mit den beiden warten geht es eigentlich. Denken wir, weil die Spieler dann weg sind. Die sind weg, weil ich es erschossen habe. Bei der Spieler, oder? Ja klar. Okay. Well. Sehr gut. Aber wieso? Wieso hat er keinen Top-Trip? Das waren keine Scaffs. Die sind rumgesprungen. Niemals waren das Scaffs, Alter. Scaff-Spieler vielleicht. Oder so? Ja. Das könnte auch sein. Das könnte auch sein. Das könnte auch sein. Das muss auch sein. Ja. Also das waren keine normalen Scaffs. Aber ich bin halt verletzt. Ich brauche Medizin. Ja. Ja. Ja, hatte ich ja noch etwas. Warte mal. Ich hab noch ein bisschen was. Ein Penken kann ich noch nehmen. Ja, hab ich nicht gerade noch Medizin gehabt. Das war das Arschloch. Ah, hier ist der. Biskup. Das war ein Scaffs, Alter. 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 Solche blöden Hunde. Ja. Man denkt, man macht die Kills seines Lebens. Dann sind das solche Arschgeigen. Können wir jetzt dann aufmachen? Hm. Ab, blöde Wind. Das ist schlechte Windschirm. Habt ihr. Seht jetzt hier. Ja, verstehe. Nein, jetzt bin ich schon wieder verletzt. Das vierte von diesen Arschlöchern. Ja, aber hier war da noch ein Spieler, den ich noch nie gehabt habe. Aber ich glaube, ich muss mal langsam zum Ausgang latschen, bevor es um mich geschehen ist. Was ist die Medizin? Du Arschkremper. Ach. Was ist hier der scheiß Ausgang? Passt. North Bridge. Brauch ich da irgendwas? Oh, das stimmt. Nein. Keiner hat irgendwie Medizin, Alter. Ich hatte welche. Ach so. Ich weiß noch gar nicht, wo du liegst. Ich weiß nichts von dir. Ach so. Extraction Point closed, Alter. Ihr blöden Nutten. Dann schreib den Mist doch nicht hierher. Jetzt kann ich nochmal 200 Meter laufen. Geil. Hp-Allo. Arschrotwinde ist gar nicht übel, Alter. Boah. Jetzt lässt da fängt hier noch nach. Oh, ich habe noch einen. Alter, der Schrotwind ist aber geil irgendwie, kann man nicht meckern, Los go, Becki hämmer den Hund so, raus mit hier, Lappen Okay, sieben Eliminierungen, kein Operator, alles, was du kennst, also bis auf den letzten waren das Menschen, würde ich sagen, also die drei oder vier auf diesem Bereich, 100 pro, die anderen weiß ich nicht. Musik Musik Musik